In Excel lassen sich Zahlen auch als Diagramme anzeigen. Wenn man die entsprechend vorbereitet hat, die Werte, dann ist die Erstellung eines Diagramms ganz einfach. Ich werde dann in weiteren Videos so Besonderheiten nochmal herausstellen. Hier jetzt einfach mal ganz einfach. Ich habe hier bestimmte Noten. Wie oft kommen diese Noten vor? Diesen Bereich markiere ich entsprechend und dann unter Einfügen. Diagramme habe ich hier eine verschiedene Auswahl von Diagrammen. Ich wähle hier mal das Kreisdiagramm aus und schon habe ich das entsprechende Ergebnis. Hier oben, weil ich Schüler geschrieben habe, habe ich das hier gleich als Diagrammtitel. Und hier habe ich eine Legende, wie oft welche Noten hier vorkommen und habe das Ganze dann als Kreisdiagramm dargestellt. Ich kann hier im Nachhinein auch noch den Diagrammtyp ändern. Wenn mir ein Kreisdiagramm nicht gefällt, kann ich es mal mit einem Säulendiagramm probieren. Und dann sieht das Ganze so aus. Hier in der Schnellformat-Leiste kann ich hier auch entsprechend die Formatierungen ändern. Ich kann natürlich hier jedes Einzelnen auswählen und dann entsprechend formatieren. Das ist allerdings etwas dann zeitaufwendig. Einzelnen auswählen. Vielen Dank.